Also das ist Versuch Nr. 93 von meinem Schrumpfexperiment und das mal bin ich sehr zuversichtlich, dass ich mit Hilfe dieser Maschine mich ins Mainframe von Mutternatur reinhacken kann. Und das werde ich beweisen mit diesem Öpfel. Und zwar, wenn das Experiment funktioniert, und ich bin mir sehr sicher, dass das mal funktioniert, dann wird der Öpfel nach einer winzig kleinen. Ja. Ja, 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 ja.